ich hasse die nuketown gegen ende des spiels ist ja auch naja zumindest wird es nicht gewertet also ich könnte jetzt auch so scheiße spielen na da durch oh nee der penner von zwei seiten feindliches einsatzteam wird eingesetzt ja supi feindliches einsatzteam, ganz geil huja shit disrupter Dankeschön, ich klau mir mal ihre Waffe dich hätte ich noch gekriegt, du blöd Mann oigi hau oigi hau lucky strikey alter von wo die aus manchmal schießen, ey na gut, versuch ich doch mal jeder Kontakt ist als feindlich anzusehen ach, cool ich seh gar nix ich hab keinen Aufsatz für sowas boing boing unser Taktik Einstiegsmarker ist offline neutralisiert naja geht schlechter aber besser auch ich hab mich zu langsam hingelegt scheiße boing das ist hau oh shit ach fuck ach ich idiot ich hab mich zu langsam so was von weg snacken können ach komm aber solche leute mag ich ja überhaupt nicht liegt meistens dran weil sie sowas können die systeme eingriff wurde festgestellt cool du 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 feindliche drohne kreist scheiße ihre steuersysteme sind wieder online wo ist jetzt die drohne dröhne wisse ach egal ja nicht zu viel in der gegend rum gucken das kann ja schon mal den tod kosten feindliches blitzschlag zielsystem aktiv cool Achtung feindlicher blitzschlag bum bum hakt fuckface ach scheiß ach scheiß feindlicher sanitäter feindlicher sanitäter ja ich hasse taktik einstiegsmarker die manchmal so kacke platziert sind bitch ha weg mit der scheiße oh gott oh gott aber hat er nicht gezogen hätte ich nicht mehr punkte kriegen müssen 25 punkte sind 25 punkte haben oder nicht haben naja naja oh kill ihn jawoll krieg noch punkte ach ich hab die noch gar nicht die haben ich will es auch gleich kommt da hinten los Egal. Doppelter Abschuss. Ist doch auch cool. Kann ich mit leben. Fuck. Ach, der hat dieses Kack-Visier. Ist okay. Aber nein. Ein feindlicher Hacker versucht, durch unsere Systeme zu brechen. Wieso Idioten, ey? Ah. Scheiße. Uh. Nein, Gott. Entschuldigung. Die Zeit bleibt nicht stehen. Gebt alles. Nicht? Oh. Ist hier vielleicht irgendwo eine Drohne? Niederlage. Aber ich bin im Plus. Bin ich mir zufrieden? Bin ich da? Oh, schade. Naja, ich habe ja nur zwei gekillt. Ist ja auch nicht viel. Königsmöder ist immer gut. Zack. Welche Klasse habe ich denn jetzt? Also, ich will den Inspektor wieder. Äh, cool. Wir gewinnen hier. Ach gut, hat ja gerade gesagt. Ähm, okay. Du, Sir, hängen wir ein bisschen da. Ich brauche mehr Volltreffer. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ich brauche mehr Volltreffer. attentäter anten tötet feindlicher taktik einstiegsmarker online geronimo ich bin meinem scheiß raketenwerfer da ist doppelter abschuss kapitän oh ja wohl nein da fehlt sie nicht mehr ziel dann hätte ich die drohne gehabt scheiße der stammt im weg sonst hätte ich zwei kennen können aber gut hier spieling cars und so ich bin so ein bastard wenn man scheiß raketenwerfer ach menschenskinder da habe ich mich aber wieder doof angestellt das hätte besser funktionieren können der disruptor der disruptisch scheiße ja ok ich gebe zu das war doof feindliche drohne über uns jetzt nicht mehr ich war gerade im nachladen ich will das eigentlich mal benutzen aber ich komme da gar nicht zu ach du blöd mann abschiss vorräte bei meinem signal abwerfen vorräte bei meinem signal abwerfen ohne das läuft immer so halbwegs geil Ein feindlicher Hacker versucht, durch unsere Systeme zu brechen. Beide haben die Kontrolle über unsere Kampfhungsgauber. Ihre Systeme wurden durch einen falschen Hacker integriert. Oh Gott. Ey, alle so doof. Ich hätte einfach die Waffe wechseln sollen. Au. Oh, ich werd direkt da wieder gespawnt. Ich bin doch gleich wieder tot. Oh, cool, gar nicht. Kommando, starten Sie ein Scharfssitzennest. Feindliche Drohne kreist. Ah. Drohne weg. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne zerstört. Dankeschön. Sein Schiffssitz. Wie ist das jetzt hier ansehen? Gehen wir hier ansehen? Ja. Ansehen. Was ist das hier ansehen? Oh. 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 werdet nicht selbst gefällig beendet die mission wir doch nicht nicht wie gesehen aber getroffen what the fuck what the fuck what the fuck ich checke hier gar nichts mehr oh man das erste mal ich zweimal in einem match nutzen kann schade aber auch ach mensch controller selben für eine waffe da habe ich eine kd auf 175 ist doch ganz okay ich wollte mir strohme besorgen ne scheiße na ja passiert corporal irgendwas ane kaptein ich bin kaptein ein hauptböses dicker können blablabla auch so neuerzeit mit dem acht die mehr von ja auch nicht doch nicht doch ganz gut Mal gucken, wie Milizia will. Oder nicht will. Oh, ok. Cool. Okay, dann gehe ich noch mal raus und noch mal rein. Dann haben sie es auch einmal aus und wieder angeschaltet. Minimal Zeit verschwenden, indem man mal guckt wegen den Symbolen. So, und jetzt wieder rein. Oh. Boah. 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 Also, ich würde von beiden eher Arsenal, glaube ich, spielen. Arsenal. Hmm. Fine range. Ah, ne. Ist nicht so meine Map, glaube ich. Okay. Oh nein. Mach's erst. Komm. Komm jetzt. Okay. Ja, warte hier. was anderes habe ich nicht also schon warten move da habe ich aber eine scheiß eliminierung und tötungsskala das um siegen niederlagen feld ist auch nicht gut aber ich habe die maps immer gespielt also zu ende gespielt ich halte nichts davon frühzeitig raus zu gehen auftrag angenehm hat der herr von turnum seiner waffe ich glaube der hat was aus dem zombie modus oder der links neben meinem ein bisschen aus wie so ein römischer typ romancia romancia ne warte team auf die fresse match was geil habe ich da wieder gemacht du mega scheiße au 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 oder hat ja mal schon alles auf maximum der typ auf diamant und so nice ich kriege ja noch fresse absolut meine lieblings map hier sterbe ich nie geil ach ja ja jetzt aber mal gut der supermarkt hat geöffnet welcher hier haben sie gerade alle zu uns Drogen Drogen uns Drogen Drogen Eing Eing Drogen 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 Zerstörtes Nein, nicht du schon wieder. Arschgesicht. Abschiss. Abschiss. Abschiss bestätigt. Ich bin aber auch schlecht, ey. Boah. Gibt's ein Call of Duty Bootcamp? Oh shit. Feindliches Blitzschlagradar entdeckt. Deine Mutter. Feindlicher Blitzschlag nähert sich. Stolpermühne neutralisiert. Ah. Ah. Das Sturmpaket ist da. Cool. Ich muss weniger Skill-based Level spielen oder mehr. Oh Leute, drückt mich doch nicht da rein. Seid ihr eigentlich behindert oder so? Oh gosh. Ich mach ne YouTube Serie. How to fail in Call of Duty? I show you how. Feindliche Vorratslieferung über uns. Boah. Das gibt's nicht. Ich glaub bei mir ist das echt manchmal Map abhängig. Ob ich gut oder schlecht bin. Ein feindlicher Pfeil im einzelnen Weg ist der Ton aus. Boah. Jetzt häng ich schon wieder irgendwo fest hier. Oh man. Ich dachte die Operation. He. Toll. Nice. Boah. Wo ist der Penner? Ach der ist bestimmt oben ne? Ui. 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 Was hält der denn nicht? Manchmal rollt der einfach nicht das verstehe ich nicht. Wie mein Guest. Boah du fuck. ja ja hacken und schützen ich hasse hunde also nein musst du aber so lächerlich wie fragt jedes schuss im külter aus kommt man sich ja nur minimal verarscht vor aber nur minimal gut ist es ist kein hardcore naja knapp unter 1 ich habe es mir schlechter vorgestellt schädliche vorratslieferung über uns deine mutter ist eine freundliche wir sind hier fertig zurück zur nächsten opfer sammelstelle danke auf die der bruder von haft die aber auch glück haben manchmal kriegt er mit der rolle einfach nicht hin verstehe ich nicht ich drücke aber er rollt nicht dabei habe ich noch nicht mal geschlagen davor naja ja 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 ja